also jetzt leute hier der uli ist gerade schon geflogen so schnee ist drungen mein ich muss ich habe den leider schon so lange hier liegen lassen ist schon alles nass also ich mein voll schnee soll ich auch mal fliegen dein akku ist jetzt beim laden 24 volt ladegerät ok also das passend zur jahreszeit und zum schneefall habe ich die melodie geändert in also ich kann nicht richtig ruhig halten klingt wie es immer klingt das hört sich auch nicht anders an also lass los also kommt ein bisschen hier unten vorbei dass ich mal drauf krieg nicht ja 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 Und noch mal im Tiefflug vorbei. Gut, ich schalte ab, dass man hier kommt.